Heute geht es um DSGVO-Konform. Man könnte also sagen, unsere Sendung ist DSGVO-Konform. Ist sie das? Ja, wirklich. Technisch auf jeden Fall. Zumindest ist es die 74. Folge der Online-Geister aus unserem, wenn auch kühleren, aber doch immer noch sehr warmen Studio und Halle an der Saale. Es ist heiß. Aber ich würde sagen, deswegen, bevor wir schmelzen, kommen wir gleich zum Thema. Online-Geister. Thema der Sendung. Wie immer am Anfang unsere drei Hinweise. Wir geben einen ersten Impuls zum Thema. Für Feedback sind wir immer erreichbar. Und alle Infos zur Sendung bei online-geister.com, socialmeerstatistik.de oder bei der DER Seminar Mediathek. Und die DSGVO, die Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union, wird dieses Jahr sechs Jahre alt. Und wir haben auch schon fünf Folgen zum Datenschutz produziert. Na, zum Beispiel Datenschutz und Datensicherheit. Die NSA-Affäre, das ist die jüngste Folge, war auch schon über ein Jahr alt. Nummer 60 war das. Dann haben wir natürlich unser DSGVO-Special gehabt. Zur Einführung der DSGVO haben wir einmal ein Interview mit dem Thüringer Landesdatenschutzbeauftragten geführt. Und im zweiten Teil dann Hörerfragen von ihm beantworten lassen. Das waren Folgen 24 und 25. Und natürlich haben wir auch Datenschutztipps gehabt in Folge 19. Und Datenschutz im Neuland als Überblick relativ früh in unserem ersten Jahr, Folge Nummer 8. Wir sind weit gekommen. Und heute wollen wir euch mit unserer Folge, Special-Folge Nummer 6 zu sechs Jahren DSGVO, das wäre eher Zufall gewesen, aber einfach mal auf den aktuellen Stand bringen, euch informieren. Und ja, was gerade ist eigentlich los beim Thema Datenschutz? Was ist da gerade los? Kurzfassung, momentan nicht ganz so viel, weil einfach die gesetzlichen Grundlagen schon da sind. Es tut sich momentan, also im Jahr 2022 beginnend, ein bisschen was, was behördliche Kontrollen angeht. Also die Landesdatenschutzbehörden sind jetzt häufiger dabei, mal Unternehmen auch zu prüfen, zu checken. Also auch neben den großen Bekannten, auch Datensündern häufiger, wie Google, Facebook, Amazon etc. Das sind ja alles eher traurige Geschichten bei denen. Werden aber halt auch jetzt mal regulärere Unternehmen immer auch mal mit kontrolliert, weil einfach reguläre Gesetze werden natürlich auch regulär durchgeprüft und kontrolliert. Wie ist es jetzt aber eigentlich zum Datenschutz überhaupt kommen? Also ich weiß nicht, Tristan, hast du schon häufiger mit Datenschutz mal zu tun bekommen, so einfach was das Thema an sich angeht? Naja, war ja Online-Geister natürlich. Ich war von Anfang an mit dabei bei Online-Geistern und habe jede Datenschutzfolge mitgemacht. Da habe ich mal so ansonsten, so im Lebensalltag, in der Kindheit etc. war das irgendwie ein relevantes Thema. In der Kindheit weniger als dann DSGVO halt beschlossen wurde, war das vor allem Job ein Thema. Ich habe ja hauptsächlich irgendwie in der Kundenbetreuung nebenberuflich gearbeitet. und da war natürlich Kundendaten das höchste Gut und damit musste es auch umgegangen werden. Und wie reagieren wir, wenn ein Kunde fordert, einsichtende Daten zu haben, wenn die löschende Daten gefordert wird etc. Und gerade bei Unternehmen, die zig Kundendaten haben, die regelmäßig drüberschauen und brauchen, um auch die Geschäfte zu machen, gibt es natürlich auch eine ganze Menge Karteileichen, dass da sicherlich von vielen Leuten die Daten irgendwie rumliegen, die gar nicht mehr auf dem Schirm hatten, dass dieses Unternehmen eine Bankverbindung hat zum Beispiel. Kundendaten sind auch ein hohes Gut, wobei wir da natürlich auch nochmal unterscheiden müssen, zwischen eben Datenschutz und Datensicherheit. Denn die Unternehmen möchten ja einmal dafür sorgen, dass die Daten erhalten bleiben, dass die nicht versehentlich gelöscht werden, wenn sie sie brauchen. Das wäre nämlich Datensicherheit. Und dann gibt es auch noch die rechtlichen Normen, was dann auch gerne mit Compliance umschrieben wird, an die man sich zu halten hat. Und das ist dann eher der Datenschutz, also der theoretische Part, was halt in den entsprechenden Gesetzen drin steht und dann halt natürlich umgesetzt werden muss. Und ich muss natürlich ständig irgendwo was ankreuzen, dass ich es okay finde, dass sie einmal Daten benutzt, um mir Service anzubieten etc. Das passiert nicht täglich, aber schon sehr oft. Wobei ich da auch sagen kann, das ist so eine Folge der Datentwicklung-Grundverordnung, die eigentlich nicht beabsichtigt gewesen ist durch die Datentwicklung-Grundverordnung. Es geht im Grunde im Prinzip beim Datenschutz zwar darum, dass die Bürger selbst über ihre Daten bestimmen dürfen. Das geht aufs Jahr 1983 nehme ich zurück, das sogenannte Volkszählungsurteil in der damaligen Bundesrepublik Deutschland. Denn das war ja knapp 40 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Viele Leute, die ja den Weltkrieg noch live bewusst miterlebt haben, waren ja auch zu der Zeit noch einfach normal am Leben, waren noch nicht zu alt, waren einfach noch regulärer Teil der Gesellschaft einfach gewesen. Es war einfach für eine Gesellschaft noch nicht so lange her nach diesen Ereignissen. Und das hat dann halt eben im Zuge einer geplanten Volkszählung in dem Jahr dazu geführt, dass es halt eben sehr, sehr viele Klagen gab und am Ende das Bundesverfassungsgericht urteilen musste, ob all diese Informationen, die der deutsche Staat da haben wollte 1983, ob die halt eben auch gerechtfertigt gewesen sind. Und das gilt heute vielen so ein bisschen als die Geburtsstunde des modernen Datenschutzes. Er ist also historisch eigentlich noch gar nicht so alt. Der Datenschutz ist also gerade mal knapp 40 Jahre überhaupt alt in seiner modernen Ausprägung. Und vorher war es dann halt einfach egal, wer weiß, wer wie, wo und was ich bin. Also es gab auch natürlich schützenswerte Informationen, aber das lief dann nicht unter dem Schlagwort Datenschutz einmal, beziehungsweise diese Informationen, die halt eben als schützenswert, als persönlich, als privat gesehen wurden. Die wurden dann manchmal anders geschützt, aber halt eben nicht so sehr auf dieser gesetzlichen Grundlage, wie wir es heute haben. Und ja, seit 1983 ist eigentlich längere Zeit nichts passiert und dann so Anfang der 2010er, so um 2013 herum, gab es dann innerhalb der Europäischen Union verschiedene Diskussionen, Parlament, Ausschüsse, etc., wo halt einfach diese Idee aufkam, so ein Update, beziehungsweise generell eine europäische Lösung für den Datenschutz zu finden, weil jedes Mitgliedsland das irgendwie selbst gemacht hat, manche gar nicht. Die haben also viel früher über Gurkenkrümmungswinkel diskutiert, bevor sie an Datenschutz gedacht haben? Nein, denn die Gurkenkrümmungsverordnung, die wurde, also in dem Fall waren es Bananen übrigens gewesen, die wollte die Industrie sogar haben. Das wollte nicht die EU. Die Industrie wollte das haben für standardisierte Verpackungen. Und Datenschutz wollte natürlich die Industrie nicht haben, weil das ein deutlicher Mehraufwand. für Unternehmen ist. Genau, deswegen ist es auch bis heute übrigens so, dass die Datenschutzgrundverordnung, die jetzt 2016 offiziell gültig geworden ist und 2018 dann strafbewehrt gültig wurde, also dann durfte man eben auch Leute abmahnen, ab 2018 nach diesem Übergangszeitraum von zwei Jahren. Wenn wir uns Zeit bekommen, hier stellt mal um. Genau. Die deutsche Bundesregierung hat natürlich auch erst 2018 umgestellt damals, weil, naja, wenn keine Strafe. Aber parallel sollte ursprünglich zur DSGVO auch die EPVO, die E-Privacy-Verordnung kommen. Die ist halt bis heute noch in Diskussionsbereichen unterwegs. Also die dürfte auch kommen, die wird auch irgendwann kommen. Aber da gibt es noch verschiedene andere, die auch, also Gesetzesvorhaben, die auch so ein bisschen im Bereich Datenschutz sich leicht bewegen. Also wenn ich an den Digital Markets Act oder den Digital Services Act zum Beispiel denke, der Europäischen Union, die sind gerade 2022 ziemlich frisch verabschiedet worden. Da hatten wir in den Hausmeistereien auch schon mal drüber berichtet. Die beschäftigen sich jetzt zwar primär nicht unbedingt mit dem Datenschutz, aber haben so Aspekte an sich, die durchaus auch für den Datenschutz interessant sind. Aber das würde jetzt schon innerlich zu weit führen an der Stelle. Aber aktuell ist verstanden, ist halt eben wirklich die Datenschutz-Grundverordnung seit 2018 gültig, ist auch bis heute eigentlich so, dass aktuelle Ding schlechthin hat ja auch damals einen gewaltigen Hype eigentlich ausgelöst. Also das war ja längere Zeit wirklich so das Thema schlechthin. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich am Morgen des 25. Mai mit dem Fahrrad unterwegs von mir gedacht habe, hm, ja, die Welt ist doch nicht untergegangen. Weil es da wirklich also richtig Leute gab, die dann meinten, ja, so sinngemäß wirklich, morgen geht die Welt unter. Aber wenn du dir jetzt noch unser E-Book herunterlädst für nur so und so vier Euro, kannst du deine unsterbliche Seele retten. Also es hat wirklich ein bisschen was in Abblashandel für mich gehabt in der damaligen Zeit. Aber das ist halt einfach so diese Sichtweise, weil halt eben dann erstmals eine Normierung erfolgte, mit der wir uns auch heute auch noch beschäftigen. Eben, wie ich mich auch heute beschäftigt habe, ist der erste Musik-Act. Ein, ja, Damen-Trio aus Indonesien, die nennen sich Voice of Bassapod. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und da, ja, deren Gesellschaft ja einige Probleme mit Unterdrückung von Frauen hat und hatte, ist ihr Song God, allow me please to play music. Und das war God, allow me please to play music von der indonesischen Band Voice of Bassapod, die nur aus rockenden Frauen besteht. Und damit sind wir zurück beim Thema. Sind wir DSGVO-konform? Du hast eingangs erwähnt, ja. Was haben wir denn dafür gemacht? Also wie haben wir diesen Status DSGVO-konform erreicht? Zum einen dadurch, dass wir als, ja, im weitesten Sinne als Organisation, also wir sind ja einmal eine Radiosendung bei Radio Coax zum Beispiel, aber wir sind ja auch gleichzeitig als Podcast aktiv. Und da kann man uns ja unter onlinengeister.com auch finden. Und das heißt ja, wir haben ein sogenanntes Telemedium, so der juristische Begriff für Webseiten, was es sonst so noch im Internet gibt. Und wenn wir so ein Telemedienanbieter sind, dann müssen wir uns auch an die DSGVO halten. Also einfach schon dadurch erzwungen, dass wir halt innerhalb der Europäischen Union sesshaft sind. Das ist also schon mal Vorlage für generell und überhaupt. Und ja, was tun wir für die Umsetzung? Also auf der Webseite beispielsweise, weil wir eine Datenturzerklärung und ein Impressum mithaben. Das Impressum gehört jetzt zwar nicht direkt zum Thema Datenschutz unbedingt dazu, aber laut der Datenschutzgrundverordnung muss man halt in Kombination mit Paragraf 12 des Deutschen Telemediengesetzes, jetzt wird es ein bisschen juristenlastig, aber halt einfach, das sind so die gesetzlichen Grundlagen. Also die gesamte Datenschutzgrundverordnung europaweit gültig, beziehungsweise die deutsche Umsetzung wäre dann das Bundesdatenschutzgesetz, wobei man da wirklich sagen kann, DSGVO ist eigentlich das Wichtigere von beiden. Und dann gibt es halt eben auch noch das Telemediengesetz, das ist schon 2007 gültig gewesen, wo halt eben auch schon auf Punkte von Datenschutz eingegangen worden ist. Und da gibt es halt eben in Paragraf 12 drinstehend, dass man halt eben eine Datenschusserklärung braucht. Also mit anderen Worten, wir müssen auf unserer Webseite erklären, was wir mit schützenswerten Daten unserer Nutzer machen. Und sobald jemand unsere Webseite besucht, fallen nämlich schon personenbezogene Daten an, so ist ja der Fachbegriff dafür. Also wenn Leute unsere Webseite aufrufen, dann wird mindestens die IP-Adresse technisch aufgerufen von der Webseite, wird zwischengespeichert mindestens, um halt eben unsere Webseite den Nutzern auf ihren Computern anzuzeigen. Ja. Das ist erstmal so der technische Hintergrund. Für Details gerne mal. Das sind quasi die essentiellen Cookies. Oder ist das schon etwas ganz anderes? Nein, noch nicht mal. Das ist etwas ganz anderes. Cookies sind kleine Textdateien, die auf dem Computer abgespeichert werden. Die IP-Adresse ist quasi meine Postanschrift im Internet. Das hat eben der Server, wir sind zum Beispiel bei Alpha Hosting in Leipzig gehostet, das hat eben der Server, also sprich dieser Computer, der in Leipzig steht, weiß, dass er in Berlin, in München oder wohin auch immer, die Informationen, also die Bilder, die Textelemente, die Gestaltungslayouts etc. von der Webseite, wohin muss er die schicken? Das ist ja wie bei der klassischen Post. Ich brauche ja auch eine Adresse, wo ich es hinschicken kann. Und das ist eben diese IP-Adresse, IP für Identity Protocol, also Identitätsprotokoll, das ist relativ einheitlich. Und das sind halt eben auch schon personenbezogene Daten laut juristischer Interpretation. Also auch die IP-Adresse spricht, sobald ich eine Webseite aufrufe, fallen personenbezogene Daten an. Und da muss natürlich dann auch darauf hingewiesen werden, dass diese Daten anfallen. Und das lösen wir bei uns zum Beispiel, indem wir so ein, also meistens Cookie-Banner genannt, aber so ein Datenschutz-Banner einfach mit integriert haben. Dass halt eben bestimmte Daten anfallen. Da können wir uns das machen, auch sehr, sehr viele Unternehmen übrigens, mit einem Artikel in der DSGVO ein bisschen zurecht das Ganze erklären. Das heißt, berechtigte Interessen, die wir halt eben haben, also dir, lieber Nutzer, die Webseite anzeigen zu können, sorgen dafür, dass wir halt eben diese Daten für dich schon abgreifen dürfen, um dich dann darüber zu informieren, dass wir halt eben Daten abgreifen möchten. Ansonsten würde sich die Katze da selbst in den Schwanz beißen. Denn ich muss die Leute halt eben laut Gesetz, bevor ich Daten erhebe, darüber aufklären, dass ich jetzt Daten erheben möchte. Aber indem ich darüber aufkläre, dass ich Daten erheben will, erhebe ich ja Daten. Mache man im Internet bereits schon Daten, um zu wissen, wo man die Aufklärung hin trägt. Genau, das ist so ein bisschen das Problem, weil man es halt eben gesetzestreu, buchstabengetreu machen möchte. Aber deswegen haben wir halt eben Cookie-Banner schon mal mit drin und halt eben, weil es verpflichtend ist, Datenschutz-Erklärung und Impressum mit drin. Das erstmal für die reine Webseite. Und was sonst noch? Also was für Daten erheben wir eigentlich? Also man kann uns ja zuhören und hat nur eine IP-Adresse. Wir wissen ja nicht, wie unsere Zuhörer mit Namen heißen, welches Geburtstag sie haben, wo sie wohnen. Das Letzte würde ich widersprechen wollen, denn wo sie wohnen, wissen wir stellenweise, weil über die IP-Adresse auch ein grober Standort abgefragt wird. Deswegen wissen die Ad-Banner immer, in welcher Umgebung die heißen Singles sein müssen. Ja. Okay. Das ist manchmal genau, manchmal ungenauer. Also ich habe meistens ja, wenn ich in Halle an der Saale bin, dann geht das so halb und halb. Aber ich habe auch schon mal Leute, die mich dann in Dresden, in Leipzig, in Berlin oder sowas verorten. Also das ist niemals exakt gleich, aber das hat halt häufig dann mit den Spracheinstellungen beispielsweise zu tun. Also es gibt schon einen technischen Grund, warum das abgefragt wird, damit man auch zum Beispiel mit Uhrzeiten, mit sonstigen Angaben da ein bisschen genauer halt einfach was sagen kann. Ja, also Zeitzone sind auf jeden Fall exakt. Es gibt ja ein paar Webseiten, die die Zeitzone automatisch anpassen, je nachdem, von wo man die Seite besucht. Und das könnt ihr auch gerne selbst mal übrigens testen. Gebt mal in der Suchmaschine eures Vertrauens, das ist bei den meisten ja wahrscheinlich Google, einfach den Begriff hier ein. Und dann wird euch meistens auch eine Karte angezeigt, wo hier laut Googles Sicht ist. Das ist schon ein bisschen gruselig. Ja. Das ist meistens auch relativ akkurat. Aber das sind halt alles so Daten, die halt eben mindestens in der IP-Adresse mit drin sind und die wir denn natürlich auch brauchen. Da müssen wir halt eben eine Datenschutzerklärung auch mit haben. Die haben wir auch bei uns auf der Webseite. Und da erklären wir halt eben alles, was wir mit diesen Daten machen. Also welche Daten anfallen, wie lange die gespeichert werden, wo die gespeichert werden, was wir damit machen, wann die vielleicht wieder gelöscht werden, wer noch darauf Zugriff hat. Wenn wir zum Beispiel mit Google Analytics, Matomo oder sonstigen Website-Statistik-Diensten arbeiten, das müssen wir auch erklären, unsere Nutzern. Das tun wir auch natürlich. Und dann muss es halt auch noch eine verantwortliche Stelle geben, laut Daten des Grundverordnungs. Also quasi der Betreiber der Webseite ist damit einfach gemeint. Das bist du? Ganz offiziell in dem Fall, ja. Das heißt, da muss ich dann halt eben angeben werden. Und diese verantwortliche Stelle ist schon so eine Art Mini-Impressum, die in der Datenschutzerklärung notwendig wird, sodass wir das in Deutschland, zumindest bei Deutschland, so gut wie das einzige Land weltweit ist, wo es eine digitale Impressumspflicht gibt, können wir das einfach schon über das reguläre Impressum lösen. Da stehen halt einfach Kontaktdaten drinne, da sind sonstige Angaben mit drinne. Das wird alles im Paragraf 5 Telemediengesetz wirklich wie so eine kleine Checkliste vorgegeben, was da alles für Angaben kommen müssen. Das tun wir auch. Also sind damit halt auch quasi indirekt durch das Impressum, aber halt auch schon wieder direkt DSGVO-konform, weil das halt eben auch für die Datenschutzerklärung relevant ist und wichtig ist. Na wunderbar. So schwer ist das eigentlich gar nicht. Dann ist mir jetzt doch eine Gruppe eingefallen, von der wir Daten haben, die veröffentlichen wir zwar nicht, aber die sind bei uns. Wir haben ja ab und zu mal Interviewpartner. Das ist halt relativ häufig, was ich sehr schön finde. Von denen haben wir ja Kontaktdaten, die erzählen uns Sachen über sich. Müssen wir da irgendwas beachten? Also wenn die Leute freiwillig diese Interviews geben, was wir ja auch immer annehmen, dass die jetzt nicht gezwungen werden, mit uns zu sprechen, dann ist einfach schon durch die sogenannte Konkludenz der Willenshandlung, das ist so ein juristisches Prinzip in Deutschland, ich weiß, sehr sperriger Name. Konkludenz der Willenshandlung, kann ich mir noch erklären. Konkludenzschlüssigkeit, durch schlüssiges Handeln. Dadurch, dass sie den Interview zugestimmt haben, stimmen sie zu, dass wir sie kontaktieren, etc. Genau. Ich sage den Leuten da aber auch immer, bevor wir online gehen, lassen wir euch auch den Schnitt nochmal zukommen, dass ihr nochmal drüber hören könnt, für Feedback oder Änderungswünsche, sodass wir da halt eben auch nochmal die Möglichkeit geben, wenn sie sich vielleicht doch dagegen entscheiden, dann haben sie da nochmal direkt diese Optionen. und ich habe dann mindestens den E-Mail-Verkehr hin und her, wo die dann am Ende sagen können, jo, passt, kann so online gehen. Oder kann er gehen. Apropos Interviewpartner, wir haben auch für diese Folge ein Interview geführt mit einem Datenschutzexperten. Da dieser nicht in Deutschland ansässig ist, wurde das Interview auf Englisch geführt, aber ihr seid ja alle Internetaffin und versteht deswegen, was dort gesprochen wird und deswegen macht Englisch Christian jetzt weiter. Hello, everyone. We will talk a bit more about data privacy in this case with Jörn von Tetzner. He's the CEO of Vivaldi, a company that makes browsers. So, is this more or less what you do, Jörn? Yeah, I've actually been making browsers for as long as I can remember more or less first op right now, Vivaldi. And Vivaldi on its website has a specific topic about privacy first. And to quote, we don't track or profile you. We don't do data collection. We don't sell your data to third parties. We don't get to see the sites you visit, what you type in a browser or your downloads. This type of data is either stored locally on your machine or encrypted. Quote, and you talked or your team talks a lot about that you don't track stuff, you don't collect stuff, you don't sell stuff. So, when you don't do this, it means other companies do. So, how does this work essentially when you are in the business? So, how does this normally work when I use browsers like Firefox, Google Chrome, whatever, do they sell my data? So, what is going on in the background? I think there's a difference between how the different companies view this and the like. I mean, for me, I've been on the web since the very beginning. I mean, I started working on the web as far back as 1992. And for me, there's been kind of a change where over time, the collection of data has been normalized and the concept of building profiles on users has been normalized. And we just think that's wrong, that a company shouldn't be allowed to collect data on users. And obviously, we'd like to go in front and not do it ourselves, but we're going further than that. And we've been pushing for actually regulation on this that goes further than what has been proposed so far. If you want to read more about it, you can go to a site which we have just created, banspying.org, where we are basically proposing just that, that this level of collection that's happening shouldn't happen. You told us that you are more or less a web veteran, in this case, so active since the 90s. As far as trends go, where do you see the importance of data privacy nowadays? Has it increased, decreased? Is it a fad and will go away in five, six years, maybe again, come back? Or what's your point of view to the present? I think there's a change that more and more are seeing that there is a significant problem with the level of data collection that's happening and how it can influence our societies. That when you collect data on people and you utilize that to create profiles, those profiles can be used to kind of customize misinformation and the like. So there's a significant problem for societies. And I think more and more are realizing that. Clearly, it's a big business as well, this data collection. And there are companies that don't want to see any change. So there is a fight. If you talk to politicians in Europe, for example, they will tell you that they're feeling that push from the special interest to not regulate as strongly as they should do. I think they're really trying to regulate this, but there's been an unwillingness to go all the way. and I think a big part of that is this push from special interests that don't want to stop the collection of data, just want to kind of ask you whether you think it's okay. I guess that was one of the reasons you and your colleagues founded Vivaldi. Well, it's part of the focus. In many ways, I mean, Vivaldi is a continuation of, I mean, we were doing opera before and there was a principle in our design and the like, and Vivaldi comes out of that. The privacy thing has become a bigger and bigger issue over time. I wouldn't say it's the primary reason why we started Vivaldi, but over time, it is something that kind of pisses us off. I mean, for me personally, I've spent all my kind of working life working on getting people on the internet, thinking that that's a really good thing, getting access to information online and the like. But I didn't dream that there would be this data collection and that that would in some way be accepted. And there is luckily a push towards regulation. There is a push towards basically saying this isn't okay. And I think more and more people are realizing how far the data collection is going and how the data is being used. So I think it's important to inform the public so people understand what's happening and then we can work towards regulation that actually will stop it. I guess it's very important to have many views on these kinds of topics. When I look at the team part of your website, I see people from more or less all over the world, from Norway, United States, Venezuela and some other countries, Iceland, Finland as well, as I browse through it. And what gets me interested in this is do you have an international team, but where exactly is the company located? Yeah, I mean, the company, most of the team is actually located in Norway and in Iceland. So the biggest part of the team is in Norway. Our servers are in Iceland and a significant part of the team there as well. And then we have people here and there in the world as well. But we do have an international staff, so people come from different parts of the world. They want to contribute and make a difference, and that's unique. And by the way, the company is also about volunteers and the like. We are in a very unique position. We have volunteers that are helping the company, helping with testing, helping with translations, and the like, and those are also distributed around the world. As you are located around the world, I guess you have also different points of view regarding topics like data privacy. We, as a radio station, are located in Germany, so in the European Union, and for some years, four to be exact right now, there is a lot going on regarding data privacy with the GDPR, the General Data Protection Regulation, which is often discussed, what is your point of view on that regulation? I think, I mean, obviously with GDPR, there have been good intentions, but I think in a lot of ways, what we have been seeing, what companies and people have been seeing, is the dialogues, right? It's the, is it okay for us to track you dialogues? And the problem with those dialogues, and I think there is a recognition of this, which is why we are seeing also changes in this direction that it doesn't really work. It's kind of because you're asking the question in all those cases. You're asking questions about data collection independently of the level of the data collection. So it's kind of like if you had people kind of asking questions, okay, can I shake your hand? Can I give you a hug? Can I hit you? Right? And you would have to answer that all the time. And most of the questions would be about can I shake your hand or hug you? And most of the time that would be just fine. But then you may not see the case where it actually goes into violence. And that's really what the problem here is that people go blind with regards to the questions about data collection. And again, in my humble opinion, what it should really be about is, okay, there are certain things that you're allowed to do. There are certain things that you're not allowed to do. And there should no, we shouldn't have to ask users about those things and users shouldn't have to deal with the questions. And in reality, in most cases, people are kind of making it very easy to answer yes and very difficult to say no. So I think there's a very pure intention with all of this. But I do think it's not been working. as it should. And I think luckily the EU is learning from that. There are some loud opinions that say with regulations like the GDPR, their data-driven economy is, well, is coming to an end and all these regulations are just hindering a free economy and stuff like that. Be it validated or not, it's not the case right now, but there's a lot going on regarding discussions. And of course, there are some companies that are dependent on the collection of data and the selling of data. You yourself, and of course, on the website, it's also mentioned that Vivaldi doesn't collect and doesn't sell data. So how do you make money even as a company? Yeah, I think in a lot of ways, kind of tackling a little bit the first part of your question is kind of like, okay, a lot of people talk about data being the new oil, right? And to me, that's in a way very correct. If oil is destroying the planet, then the collection of data is doing the same. So the concept of collecting data in this extensive way is really bad for the world and should be stopped. It's not positive and it's not needed. From the very beginning of the internet, I mean, yes, there were ads and the like, and the ads could be irritating and the like, but they were not really targeted towards you. They were targeted towards the content that you're viewing, right? So in my humble opinion, context sensitive ads are more relevant and better and should and they're fine. well, ads that are based on profiling are wrong. Now, when it comes to our revenue and how we make revenue, we have deals with some search engines, which we provide for convenience in the browser and we include some bookmarks that if you follow them and you buy something, then we get a piece of the revenue. So that's how we make money. We don't make a lot of money per user. We're talking about very insignificant numbers, but then we're not selling data. We're just, okay, we provide some useful features for our users and some of that gain rates on revenue for us. Where do you think is the current trend leading us in regards of how companies are doing their business online and more especially how data will flow, how data is stored. What do you think? What comes next? Well, I think, I mean, we need a reversal of what's been happening. I mean, in the older days of me starting with the internet, I remember, and we still have discussions on this with regards to data that we have access to and the like. I think when you have access to information on your users, that's something that's really something that you need to keep safe, right? And you don't share it with anyone else. So if you, for example, because you have a mailing list, people sign up for the mailing list, that doesn't mean that you can use those mailing lists for any other purpose, right? You can't share it with someone else. And I think those kind of things is the kind of things that I'm brought up with on the internet. Now it seems like any kind of data can be bought and sold. Now, whatever you're doing on a certain site, whether that's Facebook or Twitter or something may be kind of collected and they build a profile on you. And you would think that a company like Facebook, for example, they would be able to collect enough information on you just by themselves. But the reality, they buy source data from other sites as well. So if you are visiting a site that has a Facebook icon or a Facebook pixel, they will be able to collect that information as well. and they could potentially be buying information from other third parties. I mean, we are being kind of followed through GPS information, through Bluetooth beacon technologies. Even credit card information is being sold and included in the information so they have as much information as possible about this. And I just think it's total surveillance. the technology today allows easily to surveillers to a massive extent. And I don't think it's needed. And there is no reason why it should be allowed. And I think that's part of the concern that I have right now is that instead of saying, okay, this needs to stop, there's a discussion, okay, let's show us your algorithms, your kind of how you're utilizing the data to decide what people see or the like. But I think transparency isn't the issue here. This is more of a question. Is there any logic or reason why companies should be allowed to collect information and share it with other companies or sell it? This is Jan van Tetzner with his opinion on the past, current and future of the internet of getting revenue off the internet with companies and also he has its own company, Vivaldi, which is an alternative to the, well, typical browsers like Chrome or Firefox. You can get it at Vivaldi.com. And Jan, any last words you want to say? Yeah, I mean, I'm optimistic for the future from the perspective I think people are realizing what is happening. and I really think that this data collection and the things that are happening, it needs to change and I think with push we can help our politicians to the right things. So for everyone, just stay safe and let's work on getting this regulation in place. Ja, vielen Dank auch von mir, John. Auf Deutsch geht es weiter mit einer Band, die ich erst so kurz im Video entdeckt habe. Zählt zu meinen Lieblingsbands zur Schulzeiten und ich finde die immer noch klasse, jetzt wo ich wieder reingehört habe und wir hören Der Adler von den apokalyptischen Reitern. Das waren die apokalyptischen Reiter mit Der Adler und dann sind im letzten Teil auf ein Thema angekommen. Online-Geister, Thema der Sendung. Habe ich die schon dreimal an der Folge aktiviert? Meistens machen wir einfach direkt weiter. Nein, aber ich finde es persönlich eigentlich sehr schön, dass man so ein bisschen konkurse schreien. Also wir sind auf Radio Korax 95,9 in Halle in der Saale. Beziehungsweise online bei den Online-Geistern als Podcast. Ja, nachdem wir jetzt ein Interview gehört haben, Grundlagen geschaffen haben, ein paar Praxistipps, wie kann ich für besseren Datenschutz sorgen? Ich persönlich jetzt. Genau, also zum einen Tools von sicheren Anbietern nutzen, wie Vivaldi, die hat mir auch gerade im Interview gehabt, ich benutze die übrigens bei mir zu Hause auch als Browser, also das ist jetzt nicht nur so von irgendwo herkommen. Das werde ich mir auch angucken, mich stört Google eigentlich die ganze Zeit und seit ich jetzt Ubuntu nutze, klappt Firefox nicht mehr alles, ja, aber Vivaldi, schaue ich mal rein. Und ansonsten halt einfach eben auf den Unternehmenssitz einmal achten, da kann ich auch am eigenen Beispiel mit argumentieren, also unser Startup, der Seminar, wir bieten ja auch Cloud-Tools an, das heißt, wir müssen ja genauso DSGVO-konform sein mit unseren Angeboten, dass wir zum Beispiel auch Behörden das Ganze anbieten können. Wir haben halt auch Unternehmenssitz in Deutschland, wir sind rechtlich eine GmbH, das heißt, da gehören auch, Stichwort Transparenzregister, Handelsregister, etc., ziemlich Rattenschwanz an Vorgaben einfach mit dazu. Und da könnt ihr euch da draußen als Hörer auf jeden Fall sicher sein, wenn Anbieter aus der Region mit dem rechtlichen Status ist es zwangsweise sicher, weil es halt eben entsprechende Vorgaben gibt. Und da können wir in der Kurzfassung sagen, einmal rechtlich sicher ist alles, was aus der Europäischen Union kommt, also die Vollmitgliedsstaaten der Europäischen Union und dazu gehören ja eben nicht mehr das Vereinigte Königreich und auch andere Länder wie zum Beispiel die Schweiz, Norwegen oder Island sind zwar jetzt keine offiziellen Mitglieder, aber die sind wiederum okay, weil die Teile des Schengen-Raums sind. Das ist so ein bisschen das komplizierte Konstrukt mit der Europäischen Union. Aber Kurzfassung, Europäische Union, alles, was da rauskommt, ist erstmal rechtlich okay und dann gibt es halt auch noch ein paar Drittstaaten, die jetzt nicht zur EU gehören, die aber trotzdem als genauso sicher gelten. Durch den Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission, Adequacy Decision. Genau. Und das sind folgende Staaten. Andorra. Argentinien. Kanada, aber nur für kommerzielle Organisationen. Faröer Inseln. Die Insel Guernsey. Israel. Die Isle of Man. Japan. Die Insel Jersey. Neuseeland. Die Schweiz. Südkorea. Uruguay. Und aufgrund ihres Status als Teil des europäischen Wirtschaftsraumes, dem EWR, sind die folgenden Länder automatisch sichere Länder beim Datenschutz. Norwegen, Liechtenstein, Island und nochmal die Schweiz. Ja, einfach aufgrund einmal von individuellen Verträgen, die es halt eben gibt mit der Europäischen Union und halt eben aufgrund dieses Staat, dieses Sonderstatus einfach. Aber die sind erstmal sicher, weil es halt eben diesen Angemessenheitsbeschluss gibt. Also mit anderen Worten, es wird gesagt, ihr seid zwar kein Teil der Europäischen Union, aber die gesetzlichen Grundlagen, die ihr in euren jeweiligen Ländern habt, ist quasi genauso gut wie das, was wir in der Europäischen Union haben. Oder theoretisch besser? Also die haben nicht von sich aus gesagt, ey, die EU macht da eine DSGVO, wir wollen genauso gut sein, sondern die waren vorher schon von sich aus so datenschutzkonform, dass die EU gesagt hat, hier, die, die und die, die machen es genauso gut wie wir. Beziehungsweise sind seitdem so datenschutzkonform geworden. Zum Beispiel ist Japan erst 2019 dazugekommen, Südkorea auch erst 2021. Also das ist stellenweise eine relativ junge Liste auch. Und wächst wahrscheinlich auch ständig? Manchmal, also momentan ist halt erstmal übergangsweise zwar noch das Vereinigte Königreich mit dabei, bis 2025 zwar, aber ganz ehrlich, es gibt momentan schon so verschiedene Gesetzesinitiativen in UK, die nicht gerade sehr DSGVO-konform sind, um es mal höflich zu formulieren. Also das ist momentan eher ein Feigenblatt-Abkommen. Okay, na gut, da sind einige Sachen am Argen auf der Insel. Ja, da ist aber auch schon angekommen. Durch das Interview fallen die Hausmeister Reihen weg, aber heute ging es sehr umfangreich nochmal um DSGVO-konform. Shownotes, Infografen und aktuelle Entwicklungen zum Thema der Sendung gibt es auch monatlich in unserem exklusiven 2-Minuten-Briefing unter online-gasser.com-newsletter kriegt ihr das Ganze. Alle Songs aus der Radio-Folge packe ich euch in die Spotify-Playlist, dem großen Online-Geister-Archiv. Genau, verlinkt in den Shownotes. Und noch ein Hinweis für unsere Podcast-Hörer. Online-Geister wird unter einer Creative Commons-Lizenz veröffentlicht, cc-by-nd. Also liebt es, teilt es, seid kreativ damit, aber bitte informiert uns. Und apropos Creative Commons, cc-by-nd, zwar nicht unter Creative Commons, aber auch frei, nicht kommerziell nutzbar, ist die Musik von Gavin Dunn, Miracle of Sound. Und der hat erst letzte Woche zum Aufnahmezeitpunkt ein neues, wunderbares Lied rausgebracht, inspiriert vom großartigen Videospiel Elden Ring, Scarlet Sky. Do you remember the proud time? Standing so tall, a golden glow used to outshine all, but I'm falling apart, try to hold on to my soul, light beats through my broken heart. My scarlet sky, gravity will break and bend, my scarlet sky, waiting for the end. Just you and I, stay with me through time, my friend, and we will keep the stars from falling through the scarlet sky. Down by the waves, they will find me, salvage, defile this poison spreading inside me. I'm falling apart, I'm falling apart, I don't recognize myself, I don't recognize myself, light beats through my broken heart, my scarlet sky, gravity will break and bend, my scarlet sky, gravity will break and bend. Waiting for the end, just you and I, stay with me through time, my friend, and we will keep the stars from falling through the scarlet sky. Out across the road we rush, constellation, yet to us. Down in the road she slumbers, as I am torn asunder, the hunger ever stronger. Just let me taste my honor, love. Just let me taste my honor, love. The scarlet sky, the scarlet sky, waiting for the end, just you and I, stay with me through time, my friend, and we will keep the stars from falling through the scarlet sky. Out across the road we rush, constellation, yet to us. Scarlet Sky von Miracle of Sound so zu finden auf YouTube, Spotify, alle Sachen, die Musik anbieten, nutzt es gerne kostenlos für nicht kommerzielle Sachen und damit sind wir auch schon am Ende der Sendung angekommen. Das war's für heute. Hat mich sehr gefreut, Christian. Mich auch, Tristan. Und nächstes Mal geht's um Xing vs. LinkedIn. Das war Online-Geister. Radio bei Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Allner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com und Untertitelung des ZDF, 2020